Ein kräftiges Tülle und euch Leute, ich bin Nico und heute wollte ich wieder mal ein Video auf dem Too Much Rats zum Server bringen. IP in der Beschreibung, aber ich habe es aufgenommen, aber dann hat die Aufnahme so rumgespackt und dann, ich habe keine Ahnung, und dann hatte ich halt keine Lust mehr, nochmal die Folge aufzunehmen und da dachte ich mir, dann bringen wir mal Skywars auf Gomme, weil, ja, da haben wir erst zwei Folgen davon, das ist die dritte und jetzt sind die Double Coins Wochen von Skywars auf Gomme. Das bedeutet, wir bekommen halt doppelt so viele Coins als normal, zum Beispiel, wenn man einen killt, bekommt man normalerweise 100 Coins, jetzt bekommt man 200 Coins oder wenn man eine Runde gewinnt, bekommt man 500 Coins, jetzt bekommt man 1000 Coins. Ja, ich habe mir das Zauber-Kit gekauft, pure Scheiße, also nicht halt, ja, der Kauf war pure Scheiße, denn damit kann ich nicht viel anfangen. Ich dachte, boah, endlich ein Kit, voll das geile Kit. Na ja, ich habe mich wohl verschätzt, ich habe jetzt mittlerweile wieder 5.466 Coins, ich spare auf das Enderman-Kit oder auf, ja, ein neues Kit halt, jetzt gibt es ja die neuen, wie Ritter und Heiler oder so, so, ich weiß nicht genau, wie die heißen jetzt, aber danke für die Items. Nein, er hat die gleiche Taktik benutzt wie ich, aber egal, ich hoffe, in dieser Runde können wir was reißen, sag ich jedes Mal, ich hoffe es auch jedes Mal, also, bonus, okay, aber die ist nur schnell, da kann man keine Dia-Sets abbauen oder so. Wir haben keinen Helm, wir haben 6 TNT, wir können nicht viel machen. Na ja, ich lass das mal so, das passt schon. Können wir vielleicht probieren, ein paar Gegner zu droppen mit der Spitzhacke. Ja, oder haben wir schon ein geiles Opfer? Holen wir uns jetzt? Oh, ja, kann man mal machen. Ja, das war jetzt genius. Wir sehen uns einfach in der nächsten Runde. So, wir spielen jetzt auf Italy, eine von meinen Lieblings-Maps, der Schiefferturm von Pisa in der Mitte, der ist ziemlich nice gebaut und, ja, übrigens, ich komme auch aus Italien, wohne in Italien wie Tiger, ja, mehrere Informationen gebe ich nicht, ja, aber, ja, das merkt man wahrscheinlich auch an unserem Dialekt, dass wir immer reden, in den Aufnahmen, jetzt nicht, weil ich tue mich einfacher, ich tue mich leichter, wenn ich alleine bin, spreche ich Hochdeutsch, in den Aufnahmen, wenn ich mit Tiger bin, fällt mir das ziemlich schwer, da reden wir halt Dialekt, ich hoffe, das stört dann nicht zu arg, aber, ja, 200 Perlen, geil. Ja, sonst, rüstungstechnisch sind wir nicht so gut aufgehoben, gibt es hier noch ein Dia, ja, ein Dia, meine Rettung, okay, da können wir uns ein Dia-Panzer craften, oder können wir uns in die Mitte porten, aber da sind sicher schon viele, ja, 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 ich sehe sie schon, die Foliertücken, danke für den Helm, gibt es hier noch was, ja, ja, rüstung, 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 rüstung. Wir craften jetzt jetzt ein Dia-Panzer, passt, äh, Schuhe, 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 ja, nichts Besseres. Schwert haben wir nicht so ein geiles, aber immerhin besser als gar nichts, Tracker, TNT und Blöcke und das auch die 8, die Enderkerle, hier die Spinnnette und noch Blöcke und da sind sie auch schon good to go, unser teammate müsste noch getrackt werden vom Tracker halt, oder, lol warum hat der roten Klee wahrscheinlich das neue Kit, ja, diesmal fähle ich hoffentlich nicht mit dem Bau, ja schon mal gut angefangen jetzt, dann, ja lass mal hier gehen, bisschen auf Gegnersuche, ok, ja da komm ich nicht viel weiter, also muss ich mich hoch stacken, oder da mische ich mich jetzt ein, da warte ich jetzt, bis einer gestorben ist, alles klar, es sind einfach zwei Teammates, fuck, wahrscheinlich sind das sogar meine Teammates, ich geh mal kein Risiko ein erstmal und jumpe aufs Dach, hm, ok, hier ist auf jeden Fall ein Gegner, soll ich ihn jetzt trollen und, ich troll ihn mal, einfach just for fun, er hat mich getrollt, kann man machen, ja, wo soll ich mich hinkommen, scheiße, ich hab ne Enderkerle, wo soll ich hin, where the fuck should I go, geh dahin, huuuh, wahrscheinlich kommt er jetzt zu mir, wahrscheinlich werde ich sterben, habt ihr das gesehen, ich blende euch jetzt mal eine, ja, eine Einblendung ein, genau, wie ihr seht, hat er mich, ähm, von hinten gehittet, ja, kann man mal machen, ist wahrscheinlich nur ein Grafikfehler jetzt, ja, da würde ich mal sagen, bye!